Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Code Vein. Wir haben es in der letzten Folge noch hier oben ins Eisgebiet geschafft, sind ja, naja, ein bisschen gestorben und mir wurde ein Hinweis gegeben, ich solle mich doch nochmal in die Basis begeben. Jetzt aber natürlich gleich wieder ein Ladebildschirm zum Anfang der Folge, aber mein Gott, das werden wir verkraften. Denn ich soll mir nochmal Ios Tauschgegenstände anschauen, jetzt wo sie eine Begleiterin ist. Also ich denke mal, wir werden jetzt ihre Waffe ertauschen können, aber vielleicht gibt es ja noch was anderes. Oh. Auch interessant, sie ist jetzt auch wieder da. Ich bringe dir etwas aus der Begleiterin. Provisionen, die du möglicherweise kannst, zu nutzen. Bitte, nimm sie, wenn du denkst, sie helfen. Oh. Oh. Ich habe heute über dich gehört, über dich zu hören. Du hast Blutbeeren in den Springen gefunden und sie zu den Provisionen Regeln gefunden gefunden. Es scheint, dass viele Schläger geschaffen wurden, wegen dieser Begleiterin. Du möchtest wirklich über andere, nicht wahr? Ich bin froh, dass du Revenants wie du möchtest, wie du. Ich hatte mich letztens mit Fabian darüber unterhalten, dass sie bei mir nicht da ist, weil er schaut die Folgen auch. Und er hatte sich auch gewundert, warum sie bei mir weg ist. Weil sie bei ihm halt fast permanent da ist. Aber ja, sie ist halt in diese Shelter, in diese Unterkunft gegangen. Na gut. Du hast zurückgekehrt. Eoskron. guerrero Vorgann Mischung maybe vorn Aber bis server Gehüllt bei Benutzung die maximale Menge an ICHO, die getragen werden kann. Bohrparasiten werden durch die Absorption von menschenähnlichen Blut aktiviert, sodass sie kurzfristig mehr ICHO speichern können. Bereizung kann jedoch Waren auslösen, weshalb die Dosierung begrenzt ist. Verbessert es kurzzeitig. Jetzt ist halt die Frage, also das hier würde ich mir... Muss ich erstmal gucken, ob ich das gebrauchen kann. Aber das hier, es steht halt da kurzfristig. Wahrscheinlich bis zur nächsten Wiste oder bis zur nächsten Tod. So, schauen wir doch mal. Okay, er wird halt die Basisschaden. Wie sieht es hier aus? Auch nicht viel besser. Also für mich ist wirklich hier... Atlas Chrom am besten. Muss ich halt nur schauen, wo ich es herbekomme. Dann würde ich mir einfach mal das hier holen, einmal. Ja, da war es hilfreich. Und da ist nichts mehr zu erzählen. Dann gehen wir mal wieder zurück. Ich finde es schön, dass wir in den Ladebildschirmen einfach mal so ein bisschen was von der Geschwindigkeit haben. Und dann kann ich mir einfach mal so ein bisschen was von der Geschichte mit zeigen. So, schauen wir doch mal. Wenn ich das hier... Das reines Blut... Hier steht nur da, erhöht maximal ein I-Horn. Au. Nett. Einmal kurz ausruhen. Damit das Leben zurück ist. Du idiotisch da unten. So, versuche ich es nochmal. So, 45. Der 15 I-Horn mehr ist schon mächtig. Nein, du stehst nicht auf. Das ist schon mal... Da hinten ist schon ein Rotorsplitter, sehe ich gerade. Da hinten ist so ein Rotorsplitter, sehe ich gerade. Da hinten ist so ein Rotorsplitter, sehe ich gerade. Das muss man schon sagen, Io kann gut kämpfen dafür, dass sie gesagt hat, dass sie keine Kämpferin ist. So, da bist jetzt du hier dran. Spiel, du bist ein Arschloch. Gut, dass ich es kurz habe aufpulvern sehen. Fionchrom. Da hätte ich gerade echt Glück gehabt. Gibt es hier was? Nein. Das sah gerade kurz so aus. Ich meine natürlich wieder komplett rumlaufen. Laufen, ne? Wen hast du anvisiert? Hau ab! Ja, das war mir auch ein bisschen zu viel. Ja. 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 oh 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 hey Königinnenstahl, und oh. Ja, bin ich nach unten ausgewiegen, oder was? Naja, jetzt sehen wir, ob wir 45 Icho noch haben, oder nur 30. Ne, geht komplett verloren. Na gut. Was ist das, was ist das? Es war ein bisschen schade, dass man für 10 Handelspunkte keine permanente Verbesserung bekommt. Um... Um... Ich glaube Io ist auch eben in den Abgrund gestoßt. Aber auch interessant, dass der mir dann nicht sagt, Io wurde besiegt. Ich glaube, ich habe einen Mann mit dem Abgrund gestoßt. Geht doch hier weiter. Erste, klei jetzt rein. Oh nein, das nicht. Wir sehen uns schon wieder. Mit kleinen, schnellen Gegnern habe ich Probleme, das habe ich mittlerweile gelernt. Lampen will ich ja auch noch hin. Du bewachst garantiert, wirst du Riese. Hier runter ist eine schlechte Idee, das sehe ich schon. Halt nicht hier hin oder zwischendurch. Na gut, dass sie immer so schön an der Kante rumstehen. Dann bevor du mir in die Quere kommst. Oho, mich. Hallo, ich bin hier rein. Ich bin nämlich den Überrest vorhin. Au. Ach du meine Güte. Wie viel heilst du dir? Zu viel für dich selbst. Du hast mit Feuer nicht wirklich Probleme, mein Freund. Aber ich habe den 4 und den Rest. Das war mir wichtig. Ich habe den 4 von Dura. Und den hier kann man ja schön leicht besiegen. Ich habe den 4 von Dura. Ich habe den 4 von Dura. Also es ist schon mal gut, dass Io viel heilen kann. Das zeigt, da werde ich mir wahrscheinlich nichts zurückholen können. Das Problem ist, Io stoppt dabei fast selbst komplett. Das mir etwas missfällt. Das Problem ist, dich kriege ich wahrscheinlich nicht hier rüber gelockt, ne? Dass du hier reinfällst. Nein! Nein! Das Problem ist. Oh. Oh. Jetzt. Okay, er hat sich da nach unten verabschiedet, also können wir auch unseren Überrest holen. Der Kampf war jetzt stressiger als ich heute. Ist wirklich noch was? Nein, da lag vielleicht was. Oh. Au. Das tut mir als Mann weh. Also ich weiß ja, dass eine Prostata-Untersuchung mit Handschuhen durchgeführt wird, aber das ist nun mal etwas zu viel, das tut mir. Okay, ich glaube zwei von den Standard-Schüssen da würden reichen. So, dann seht ich gerne zurück und mehr gibt es hier auch nicht. Hier geht es einfach nur runter. Aber... ...mäßig. Schauen wir mal, was es hier drüben noch so gibt. Gut. Eilen will ich mich noch nicht, davon haben wir noch zu viel HP. Da ist auf jeden Fall noch einer versteckt, aber was es hier drüben noch gibt, um dort lang zu gehen, sehe ich auch nicht. Au. So, und wir müssen dann über diesen kleinen Steck darüber gehen und nicht über die Eisfläche, das weiß ich jetzt schon. Und jetzt können wir uns mal heilen. So. Einen Dank an die Musik. Aber hier ist nichts. Sieht so aus, als ob man da runterkommen würde, aber halt irgendwann. Nein. An die Sion. Wenn man die Viecher schnell genug sieht, dann kann man sie wegschießen. Oh, der lebt noch. Hat er überhaupt gerade so überlebt? Oh, das ist schon wieder so einer. Ich glaube, wir müssen da lang für das Item da hinten. Äh... Das sieht schwierig aus. Leise? Wir können das sicherlich nutzen. Woher komme ich hier runter? Ja, den Fang sehe ich auch. Da wäre die nächste Mistel. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Und hier ist eine Abkürzung. Jetzt können wir ausruhen. Aber erstmal hier ausruhen, damit das die neue Teleport Mistel ist. Kriege ich hier Schaden? Nein. Also die Eishöhle hier sieht gut aus. Ein weißer Ritter. Oh. Oh. Oh, Sloth Spear. Ich kann gerade nicht schneller laufen. Ich kann gerade nicht schneller laufen. Wie schön als Start für den Kampf. Ah, der hatte die Karte. Und was hat er bewacht? Machete. Plus 5. Ist sogar eine leichte Waffe. War besser als das, was ich habe. Und die ist nur plus 5 und unverändert. Die ist plus 6 und hat, äh, Chrom drauf. Gewicht geht ein bisschen hoch. Bisschen weniger Verteidigung gegen Schlitzen und Durchbohren. Aber der Schaden geht höher. Ja, warum blockst du mit dem Ding mit der Klinge voran? Machst du wie Io. Mit der breiten Seite. Aber das machen die halt nur mit den ganz schweren Waffen. Ich finde es auch interessant, dass ich halt wirklich... Ich behalte jetzt mal die hier noch mit drin. Zwischen den wechseln und ich muss mich mal heilen. Ja, das ist nicht der beste Ort zum Kämpfen, deswegen. Ja, das ist nicht der beste Ort zum Kämpfen, deswegen. Ja, das ist nicht der beste Ort zum Kämpfen, deswegen. Dann machen wir den einen schon mal so gut wie weg. Den anderen machen wir auch schon mal so gut wie platt. Und fertig ist. Und schon bekommen wir einen verdichterten Verlust später. Und mehr ist hier nicht. Zumindest auf der Seite. Hier würde man den Ort normalerweise finden. Du lebst, garantiert. Du lebst, garantiert. Auch wenn ich dich nicht anvisieren kann. Okay, doch nicht. Aber ein interessanter Ort für eine Karten, Mistel. Ähm. Guten Tag. Ja, tut mir leid, ich kann grad nicht. Ich musste mich kurz um den kümmern. Und hier... ...ist der nächste von denen. Ah, hier kann ich die vier überreste. Frostwaffe und hier Fokusblock. Erhöht die Waffenverteidigung gegen physische Angriffe, wenn ich fokussiert bin. Na gut. Ja, gut gemacht. Hier hinten ist nichts weiter. Da gehts auch nicht runter. Ja, welches Element könnte ich gegen dich am besten verwenden? Auf jeden Fall einfach nur ein großer Rundarraum. Und auf jeden Fall der nächste Wächter. Genau. Es ist... ...ein Successor. Nein. Das ist der Kleiner. Nicola... Mia... ... 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 Okay, durch den Schild komme ich garantiert nicht durch. Halber Meter Panzerstahl wird schwierig. Nachfolger des Atems. Nachfolger des Atems. Äh. Okay. Au. Das war die flache Seite vom Schild. ... Was ist denn das für Kids? Ich war aus Oh Au Merken, der ist Teilweise ziemlich schnell Ach du meine Fresser Jo, ich muss dich gerade ein bisschen alleine kämpfen lassen Au 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 Ich bin vain. Der erste Boss, den ich im First-Try geschafft habe. Außer er hat jetzt wieder Wolf eine zweite Phase. Vielen Dank für's Zuschauen. Gehen wir gemeinsam durch seine Erinnerung. Gehen wir gemeinsam durch die Erinnerung. Und dann ist die große Katastrophe passiert. Nein. Ich wollte nicht überspringen. Scheiße. Ich wollte gucken, ob ich das Menü aufmachen kann. Ich wollte den Mantel ablegen. Das ist jetzt natürlich ein Fail von meiner Seite aus. Nicola! Mia? Mia? Ich bin... Ich bin in der Aufnahme. Ja, bist du. Mitten in der Katze. Ja. Ja. Ja, verstorben nicht mehr ewige Qualen. Okay, also eine Schweigeminute für alle ewigen Fallen dieses Games. Ja. Ja. Ich liebe dich, Nicola. Warum bist du nicht im Aufnahme-Channel? Weil ich vergessen habe, aus dem normalen Discord rauszugehen. Sorry. Kann man das jetzt eigentlich noch rausschneiden? Nein. Ich... Nein. Ich liebe dich auch, Sis. Okay. Dann lass es einfach so. Dann wird das jetzt eine witzige Katze. Nein. Da kriegst du nichts mehr aufs Witzige. Oh. Mach wenigstens die Übertragung an. Das kann ich gleich machen. Aber auf einmal habe ich auf einmal einen ungebetenen Gast hier mit drin. Meinst du mich oder die Fliege? Ich tippe jetzt einfach mal auf Fliege. Ich überlege gerade, ob ich einfach aus dem Channel rausgehe. Dann musst du dir die Folge angucken, wenn du sehen willst, wann du reingeplatzt bist. Oh yeah. Das ist dann so ein Surprise, Motherfucker. Ja. Und damit war diese Cutscene jetzt ab USK 18. Äh, nein, das ist das ganze Spiel. Okay. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Äh, ja. Das passiert, wenn man vergisst, aus dem Discord rauszugehen. Ah, der arme Kleine. Tut mir natürlich leid, dass jetzt ein Freund von mir da mit bei war. und die rührende Szene zwischen Nicola und Mia ein bisschen ruiniert hat, aber er ist befreit und ruht nun in Frieden. Danke. Oh. So ein Scheiß, da will man doch mal schnell noch eine Folge zwischendurch aufnehmen und auf einmal kommt da so jemand dazwischen. Danke. Danke, Nicola. Für alles. Für alles. Für alles. Aber... Der Kind hat dir Leben gegeben. Wie du es willst, ist es zu dir. Wenn sie möchte, ist sie jederzeit willkommen. Ja. 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 Ich bin immer noch ein paar Schüsse. Da sind noch andere Schüsse. Leute wie du. Die Menschen, die gegen sich gegen sie zu leben, um zu überleben. Das wäre mir ein Fehler für mich jetzt zu stoppen. Das ist nicht richtig, Nikola? Ich komme zurück für dich, kleiner Bruder. Ich kann mich als Determination sensen. Das ist in Einpunkten schlechter, was meine Talentwerte angehen würde. Jetzt bleibe ich bei meinem... Da unten das wäre. Ich frage mich jetzt nur gerade... Wenn ich jetzt... Hier hingehe. Da war ja noch eine Tür unten. Die versiegelt war. Ist diese jetzt offen? Die Räume sind verbunden, nicht wahr? Das geht lange nach unten. Ja, ich krieg jetzt hier beim runterfallen Schaden. Das ist mir jetzt aber gerade mal egal. Ich will nur gucken, ob ich die Tür aufkriege. Nein, bewegt sich nicht, ok. Dann können wir nur noch schauen, ob wir jetzt hier oben die andere Tür öffnen können. Wir haben ja jetzt den Blutcoat der Königin. Vielleicht reagiert die Tür auf diesen Blutcoat. Und wir können sie jetzt öffnen. Ah ne, die hatten wir aufbekommen. Ah ne, hier ging es nur um den Fahrstuhl runter. Und dort unten könnten wir nichts machen, weil dort auch wieder so eine Tür war, die verschlossen ist. Da geht es echt tief runter. Warum habe ich hier eigentlich keine Karte? Ah, da kommt der Aufzug. Ah, da kommt der Aufzug. Das klingt anscheinend nicht ganz so gut. Naja. Schauen wir mal, ob wir hier unten was machen können. Aber so wie es aussieht, ist die Tür immer noch zu. Also da geht es auch noch nicht weiter. Also da geht es auch. Nein. Ich will mal das Gebiet auswählen und dann den Teleporter. Aber man kann ja Gebiet und Teleporter den Punkt wo man hingeht gleich auswählen. Dann haben wir mal die Tür, da haben wir ja den Lila-Porter. Ah, na gut. Aber hier stand ja der NPC davor. Und hier sieht man auch die Wölfin, die rechterin des Brustkorbs. Okay, nein ist sie nicht mehr. Aber doch. Hat aber nicht als NPC angezeigt. Oh, du brauchst du etwas? Karin ist ein successorer des Reliks, wie ich. Sie ist ein successorer des Herz. Ihr Macht ist das, was machte Blutbeads. Oh, du brauchst du... Ich möchte dich wieder bedanken. Ich habe noch nie gedacht, dass ich mein Leben wieder wieder aufbauen werde. Du bist die Säule-Torch, gegen eine Schmerz, die diese Welt entzündet. Du brauchst dein Licht, um die, die zufrieden. Ich frage mich, ob man zu Nicola dann auch zurück kann. Wer bist du? Hm. Die Möglichkeit des Successors hier ist faszinierend. Ich habe nie träumt, dass das Rippkage so etwas kreieren könnte. Ich will diese Macht für alle Revenen. Das bedeutet, dass ich mehr Forschung in der Rippkage mache. Aber... Es gibt noch keine Kläufe, wo der Successor ist? Äh... Ja. Was ist jetzt mit Yurin? Dafür? Oh, du brauchst du etwas? Du hast mit der Forschung draußen getroffen. Sie ist eine Nuisance. Sie schlägt sich um und schlägt. Sehr gut. In diesem Fall, mach das mit dir. Es hat keine speziellen Kraft, aber es kann Kläufe geben, aufgrund von, wer es an sie sieht. Das ist doch fair genug, nicht wahr? Ich kann verstehen, was sie will. Das ist doch alles. Rippen berührte Spitze. Kann ich die auch nutzen? Nein. Nein. Spiekes! Nicht auf mich auf mich so. Du solltest wirklich... Hm? Hold on. Wo hast du das gefunden? Mit dem, ich könnte es lernen, die Effekte auf den Tornen des Juden. Sie sind die Schwierigkeiten, die plötzlich aus der Land, während der großen Verkauf. Es ist schwer zu glauben, aber der Katedral war nicht immer hier. Es waren vorhin nichts, nur Tornen. Das führt mich zu denken, dass die Erkrankte genug können, um die Tornen zu ändern. Hm. Und Isis Krum dafür bekommen. So, und dann würde ich einmal noch gerne um die Gruft des Atems. Hier fehlt mir auch noch ein bisschen was. Aber das ist 75%. Also wird es dort irgendwo weiter gehen. Schade, ich hätte gedacht, man findet hier zumindest sein Grab oder sowas. also halt den Dude noch liegend. Aber das ist hier nicht der Fall. Oh. Oh. Hier war die, die wie Io aussah, wer einen anderen Namen hatte. Und am Anfang hieß es ja auch von Io, oder was heißt am Anfang? Letzte Folge hieß es ja auch, die, die dort vor der Gruft des Brustkorbes stand, hätte auch so einen Überrest hinterlassen. Das ist interessant. Jetzt ist halt nur die Frage, wo geht es hier weiter? wo geht es hier weiter? Nichts geht nach dem Sie, wo geht es hier? Das ist ja auch meine Kinder. Also, es geht nur in meinem Raum. Okay, damit haben sie sich dick verabschiedet. Ja, Schwächung langsam. Habe ich da nicht was gegen? Anti langsam. Sonst hätte das hier noch ewig. Stinkender Käse. Schön. Ah, das ist der Weg, wenn man hinten lang geht. Sonst würde ich jetzt gerne hinten lang vorbei. Was haben wir denn hier hinten? Eine Kiste. Winterumhang. Besser für Lichttalente. Höhere Widerstände. Aber Dunkeltalente gehen halt deutlich runter. Es ist halt nur die Frage, wo geht es hier weiter? Vielleicht bei der anderen Liste. Wir können einmal Talente erwerben. Herr Geist des Wiedergängers, ermöglicht es dir, schwere Waffen und Blutschleier auszurüsten. Wahrscheinlich für den Schleier dann. Oder für den Blutcoat. Wirf deine Waffe und lass sie wirbeln. Nutzt Ichor, um eine frostige Klinge zu erschaffen und sie in einem Bogen durch Gegner vor dir zu schwingen. Dampfwalze erhöht Gleichgewicht und Widerstand gegen direkte Angriffe, aber vermindert Beweglichkeit. Was wir auf jeden Fall haben wollten, das hier. Hunger des Wiedergängers. Unzureichend. Unzureichend. Achso. Wir haben den Überrest noch nicht. Nehmen wir mal das hier noch mit. Drachenpfahl. Durchbohrt das Ziel. Klingt auch gut. Indra Spule. Drehmächtige Blitze auf die Füße des Ziels. Ein besseres Blitztalent. Vierfaches Urteil. Wieder ein Blitztalent. Sprengblitz. Erzeugt und fördert eine Selbe von elektrisch geladenen Projektilen. Und Schattensprung. Erzeugt eine Schockwelle um dich herum und transportiert dich dann unverzüglich rückwärts. Kann man doch mal noch mitnehmen. So, haben wir auch mein Geburtsjahr als Lebenspunkte. Mal nachschauen. Das kostet 4. Ich würde gerne mal den Drachenpfahl ausprobieren. Hm. Bion, nicht gleich töten. Okay, ist halt... Braucht lange. Ist halt nur die Frage, wie viele Schaden macht das? Wo ist... Oh, da ist er endlich. Ja gut, das war eine Stunde. Ich würde auf jeden Fall jetzt erstmal die Folge beenden. Weil wir haben etwas sehr trauriges mit erlebt, wo wir leider unterbrochen wurden. Aber gut, vorher soll er es wissen. War mein Fehler nicht rauszugehen aus dem Channel. Aber wir haben unseren ersten Boss ohne zweiten Versuch geschafft. Jetzt dürfen wir noch nicht übermütig werden. Das klappt kein zweites Mal wahrscheinlich. Und wenn, dann hatte ich Glück. Auf jeden Fall. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ich weiß nicht, wie ich eles CH alles machen. Mir geht dann.